Hallo, ich melde mich mal wieder, da ihr ja schon in die Überschrift des Videos lesen konntet, dass es um ein Windows-Design geht. Ich habe dieses Video gemacht, weil schon wirklich sehr viele gefragt haben, wo hast du das Design, das sieht echt toll aus, blablabla. Aber ja, ist halt schwarz, ganz schick, anstatt diese, ja, billig Dinger von XP. Standard. Sieht folgendermaßen aus, einfach schwarz-edel, sieht so aus, ja, ich habe viele Programme auf dem PC, aber egal. Hm, also, die Theme ist für XP, ja, und den Download seht ihr in der Videobeschreibung. Ähm, und ihr müsst einfach nur die Theme installieren und dann bei Eigenschaften, es müsste sich sogar automatisch eventuell öffnen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, einfach bei Design Real Remixet auswählen. Das war's auch schon. Bis denn.